Okay, ich habe für euch drei Fragen. Wenn ihr die drei Fragen richtig beantwortet, bekommt ihr ein gratis Bubble-Tier, okay? Okay. Die erste Frage ist, was ist der Hauptbestandteil von Tofu? Joghurt? Ich gebe einen Tipp. Es beginnt mit S. Wir wissen es nicht. Wisst ihr nicht? Okay, der Hauptbestandteil ist Soja. Ah, Soja. Soja wohnen. Ja, genau. Was ist die Hauptzutat von Guacamole? Guacamole. Avocado. Ja, richtig. Hauptbestandteil ist Avocado, richtig. Was bedeutet Schabu-Schabu beim Hotpot? Also was kann das heißen? Viel Schaf. Das ist leider falsch. Leider gibt es kein Bubble-Tier für euch, aber wenn ihr mir folgt, gibt es eins. Folgt ihr mir vielleicht? Nein. Kannst du mal checken? Ah, leider nicht. Jetzt folge ich. Jetzt folge ich es. Ja, leider gibt es nichts, aber nächstes Mal gibt es was, ja? Ja. Passt. Jungs, wartet! Hier, ihr bekommt trotzdem eines. Folgt mir für immer Food-Content.